Toller Blick vom Brun Haar Solitier, oberste Etage auf die Anlage, da hinten ist schon, hinter dem Baum ist schon die Ostsee, heute ganz ruhig. Wir haben drei Außenpools, besser gesagt vier, der linke Außenpool, den Sie sehen, Wellnessbereich und Spa, tausend Quadratmeter groß, einfach nur Weltklasse. Das Hotel Brun Haar Solitier, das Hotel auf der Insel Rücken, mehr geht nicht mehr Luxus. Ich habe in meinem Leben schon viel Luxus erlebt, aber das Zuhause in Deutschland, einmalig, traumhaft schön. Ich würde ihr euch auch gönnen, einfach nur für mich. Schönen Abend, bleibt gesund, bis dann, ciao.